Hallo zusammen, Matthias hier. Herzlich willkommen in einem neuen Back to Basic Video, in dem es wieder darum geht, dir die gewissen Grundlagen, die man vielleicht nicht oder nur teilweise verstanden hat, in der Fotografie zu erklären. Wenn du mehr zu dem Thema wissen willst, wenn du noch andere Punkte hast, die dich brennend interessieren, schau mal auf meinem Wiki vorbei. Da findest du die grundlegenden Fotografiebegriffe alle mal erklärt. Alle in so einem Video. Ich lege da immer mal wieder nach, tausche immer mal Videos aus. Also keine Sorge, da wirst du noch einiges finden. Ob die Leute merken, dass ich immer den gleichen Pulli anhabe, wenn ich Videos drehe? Ich glaube nicht. Wir legen jetzt direkt los. Heute geht es um den Polfilter. Vielleicht hat der ein oder andere von Polfiltern schon gehört. Die wirken jetzt eher unspektakulär. Also wenn ich ihn jetzt hochhalte, das ist ja eigentlich nur eine Glasscheibe. So selbst vom Objektiv. Er macht es ein bisschen dunkler. Er schluckt ein bisschen Licht. Das ist schon mal so ein kleiner Nachteil von dieser ganzen Sache. Aber was er macht, ist, er entfernt Spiegelungen und Reflektionen aus euren Fotos oder Videos. Funktioniert bei beidem. Wenn ihr diesen Filter auf euer Objektiv draufgeschraubt habt, dann könnt ihr hergehen und könnt den in sich drehen. Also wie wenn ihr ihn fester schrauben würdet. Der geht halt nur nicht fester. Und die Spiegelung aus euren Bildern wird verschwinden. Er hat jetzt noch so einen Nebeneffekt, dass Himmel bläulicher wird, dass Grünfarben deutlich grüner werden. In vielen Fällen kann man das auch in der Bildbearbeitung regeln, was aber so ein klein bisschen davon abhängig ist, was für einen Filter man verwendet. Also für Spiegelungen, das kann man in der Bildbearbeitung zwar auch machen, aber nicht in dieser Extreme. Ich empfehle ihn auf jeden Fall, gerade dann, wenn man Landschaften fotografieren möchte, beziehungsweise, ja, wenn man sehr viel filmt. Gerade beim Filmen sorgt es für einen leichten, höheren Dynamikumfang. Wieder drauf achten, Licht nur von rechts oder von links, wenn es von da kommt. Und auch bitte nur natürliches Licht. Wenn ich mir jetzt hier so eine riesen Softbox neben mir aufstelle, dann bringt mir das relativ wenig, weil ich habe hier keine großen Spiegelungen. Da hilft mir der Filter nicht, aber gerade wenn Wasser im Spiel ist oder wenn Pflanzen im Spiel sind, wenn Himmel im Spiel ist, dann ist dieser Filter genial und dann kann dieser Filter seine Stärken voll ausspielen. Okay, wie verwende ich jetzt den Polfilter? Der Polfilter wird, wie ich das vorhin schon gezeigt habe, aufs Objektiv draufgeschraubt und muss vor jedem fotografieren, jedes Mal, wenn du ein Motiv fotografierst, neu eingestellt werden. In sich gedreht, damit man die Spiegelung und das, was man raushaben möchte, perfekt abgestimmt hat. Bitte lasst euch nicht täuschen. Viele gehen her und schrauben einfach den Filter aufs Objektiv und denken, ja gut, jetzt bin ich fertig, ich feuere einfach mal drauf los. Und ja, das Bild ist ein klein bisschen dunkler, einfach weil der Polfilter an sich ein bisschen Licht schluckt, was schon für sattere Farben an sich sorgt, aber nicht täuschen lassen. In der Digitalfotografie finde ich ihn jetzt nicht ganz so wichtig, da ist es in sich ganz so relevant, alles mit Polfilter zu fotografieren, auch in der Landschaftsfotografie nicht wirklich. Ich würde ihn speziell dann einsetzen, wenn es um das Thema Spiegelung geht, bei Autos beispielsweise, würde ihn speziell dann einsetzen, wenn es um das Thema von Wasseroberflächen geht. Gerade bei steil einfallendem Licht ist es sehr gut, das Licht so, die Spiegelung so rauszubekommen. Bitte nutzt ihn nicht einfach nur immer. Ist kein Immer-Drauffilter, genauso wie der ND-Filter. Der ND-Filter ist auch kein Immer-Drauffilter. Eigentlich gibt es keinen Filter, der ein Immer-Drauffilter sein sollte. Denkt über dieses Thema nach. Ich habe auch hier natürlich unter diesem Video ein paar Varianten, ein paar Hersteller verlinkt. Beim Polfilter lohnt es sich auch definitiv ein klein bisschen mehr Geld in die Hand zu nehmen. Ich habe es im letzten Video, im letzten Back-to-Basic-Video schon gesagt, was schraube ich ein 10-Euro-Filter auf ein 1000-Euro-Objektiv? Ist ja komplett schwachsinnig. Teurere Filter haben diesen Effekt meistens noch extremer und noch auf eine andere Art und Weise. Es lohnt sich teilweise. Definitiv. Zu Anfang vielleicht nicht. Da sagt man vielleicht, ich will es erstmal ausprobieren. Aber wenn ihr seht, das nutzt ihr öfter, das ist was, das brauche ich immer beispielsweise, dann investiert auf jeden Fall ein klein bisschen mehr. Gut, das war es soweit zum Thema Polfilter. Ein grober Abriss, dass ihr mal verstanden habt, was das eigentlich sein soll. Wenn ihr jetzt noch mehr wissen wollt zum Thema Fotografie, zum Thema Bildbearbeitung, zum Thema Filmen. Beim Filmen ist er sogar wichtiger als beim Fotografieren, weil man hat mal keine RAW-Bearbeitungsmöglichkeiten. Nur so, weil es mir gerade einfällt. Gut, schaut euch auf jeden Fall mein Wiki an und schaut auf jeden Fall auch meinen Fotografiekurs an. Wo ich mal alles erkläre von Anfang bis Ende. Jede Einstellung wird an der Kamera erklärt. Kann man sich mal genauestens anschauen. Und ich zeige dir natürlich auch, wie du noch bessere Bilder machen kannst. Ich wünsche dir viel Spaß und wir sehen uns im nächsten Video wieder.